Was? Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rainbow Six! Bronzo, nimm doch einen Operator! Entschuldigung, Tobi. Ja, okay, machst du kaputt, mach du, komm! Ey, Mörder, was soll denn? Okay, 3, 2, 1, Tobi! Echt, nimm das noch mit rein, was du jetzt hier gerade hast? Brauchst du gerade nicht noch mal an? Nee, hast du 3, 2, 1, Alter? Bei mir hat die Folge schon angekommen. Ja, bei mir auch. Oh, du hast vergessen, ey. Was hat Bronzo gemacht? Und Bronzo, hä? So bullies passiert das. Was? Okay, 3, 2, 1, Bildschirm vergnaden. Jo, was geht ab? Wir spielen Rainbow, ich bin dabei. Geil, also. Jetzt Patrick vergnaden, go. Ja, hallo. Ja, da sind alle drin, ne? Ja, ja. Hier läuft. Müsst du nur Leute bei dir gucken, Bronzo, ne? Ey, mal da. Oh, Shots fired! Ich hau einfach eine halbe Stunde Feuer raus, ah. Oh mein Gott, ey. Der war Fuyu wieder. Immer der Erste sein, ne? Der war da. Kennst du denn schon wieder, Daniel? Kennst du wieder aus, Patrick, ne? Boah. Der ist denn jetzt, ey. Fuyu's PC lädt immer noch, hello. Ja, äh, tut mir leid, dass ich die Jungs unterbrochen hab, aber ich dachte, der Bronzo hängt wieder im Paralleluniversum bei den Akenatis in den Öen mit und macht grad was Äquivalentes, damit er nämlich akkuat... Na, an, an, was? Also gut zusammengefasst, denn es gibt Westen und Sonnen. Oh geil. Westen, Westen ist gut. Ostens nicht zum Beispiel. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei der neuen Folge Rainbow. Ja, geil. Und, äh, Geiseln und Patrick. Geiseln und Patrick ist genauso schön wie Juden und Patrick, das geht auch nicht gut. Weißt du, wie sich das schon seit vier Jahren oder drei Jahren hält, ne? Ja, klar, Patrick. Patrick ist dieser Judenhasser, ja. Es heißt immer, dass das Internet vergisst nicht, ne? Das ist es! Ja, ja. Die Folge hat auch bei mir so'n Highlight aufm Kanal, aufm Kanal-Trailer. Tobi hat aber immer diese Stelle vorgespult, weißt du? Ja. Immer genau diese Stelle. Ich hab die so gelooped, weißt du? Boah. Gibt's denn die Folge noch irgendwo? Gibt's denn die Folge noch irgendwo? Ja, bei mir auch im Kanal. Bei mir auch. Boah. Das war dieser Arena-Bau. Hast du die gelöscht? Dann SURE? Bei dir aufm Kanal, oder was? Ich? Ah, wo es zeigen? Ich glaub nicht. Jetzt ist aber ein Zugzwang, hör mal. Was hast du gesagt, Tobi? Haben wir den früher alle aufgenommen? Ja, Leute. Was hast du gesagt, Tobi? Ech. Ech. Ach nix. Ah fuck! Ich sag nix. Es geht los. Wir sind sofort hier. Die sind im Treppenhaus. Ja. Welchen Treppenhaus? Das war die Synchro für Ben Spawn. Ok, ich weiß schon, hm. Da wo Treppen sind. Hä? Was? Wollt ich nachher hinzuhören? Was? Also hier, ne? Hier ist alles offen. Wieder ein Arsch, ne? Nein, Dennis ist Kölner. Da spricht man über solche Dinge. Na kein Kölner. Ey. Soap Dispenser. Soap Dispenser. Was? Was? Soap Dispenser. Ich hab hier einen Soap Dispenser ganz kaputt gemacht. Die haben einen Sniper hier hängen, ne? Ja, der hängt da, ne? Ja. Ich warte die ganze Zeit, dass die reinkommen. Ich sitze in der Lobby. Auf der Arten schenke los. Auf der Arten schenke los. Und Tobi hat die Fritte. Was ist das? Mach ich das mit ner Shotgun. Ne, ne? Genau. Ich hoffe, das ist keiner mehr. Oder ist keiner mehr meinst du? Na, ich hör auch nichts mehr. Ich hör auch nichts mehr. Keine Ahnung. Ich mach los. Ach los. Arsch Alter. Hast du den Sniper? Ne, das war n, äh, weird. Oh, nice. Der hängt oben an der Dachrinne hier und ich hab ihn in dem Moment gesehen. Und dann habe ich ihn in seiner Hände zu töten. Warum? Warum machst du sowas? Er ist gefährlich, Pacehead. DANGEROUS! Hä? Wer hier bei mir? Wo genau? Im Fenster wieder? Ja, neben dem Fenster die Wand. Markiert. Aber ich habe... Schauen wir mal ob ich den umgehen kann. Patrick, ich glaube das ist ein Schild, ne? Jo, warte mal, hier ist noch ein Schildtyp bei mir. Wo, Major? Ah, der hängt da. Vorsicht, Patrick. Wo, Major? Wo, wo hängt der denn? Wo, Major? Ich kann die Spots nicht beschreiben. Da sind drei Leute noch. Der muss noch reinkommen. Super, Stott! Warte, die fighten gerade. Ich gehe da hin. Ja, Dennis, drei Stück sind da. Ja, ich konnte nicht schießen. Der Bronze bist du. Hast du ihn, Bronze? Ne, ne. Hast du ihn? Er hat seinen Schild gehabt. Ne, ne. Warte, wir können den jetzt überholen. Ich leg den ab und dann kommt er hier rein. Ah, fuck! Der ist sofort hier. Scheiß, ihr habt nur noch fünf. Der ist bei Patrick? Ihr bleibt jetzt zurück, Tobi. Denkt den auf dich. Der ist an diesem Treppengeländer da. Okay. Ja, vielleicht kommt er hier rein. Bei dieser großen Treppe. Es sind nur noch zwei, ne? Ich hab das, Jungs. Der kommt. Der ist hinter Tobi. Ah, fuck! Bei mir, Geisel. Sag ich ja. Ah. Schön, er liegt. Da ist er. Sehr schön. Guter Zugriff, Jungs. Oh, haben wir. Summul. Bonsert, der Raum, wo du jetzt grad drin bist. Wie nennt man den? Kaum. Keine Ahnung, ey. Das ist so ein Abstellraum, oder? Da waren vorhin drei Leute halt, ne? Aber ich wusste nicht, wie ich das beschreiben soll. Was hast du gesagt, Tobi? Abstellraum sagen, ne? Konzuela ist reich. Beim CEO-Büro, ne? Kennst du nicht, ne? Family Guy hast nie geguckt. Ne, den scheiß cool nicht. Konzolizza, oder? Konzolizza, Alter. Konzolizza, Alter. Meine Kindheit bestand daraus, äh, 24 Stunden lang die Kellertür von innen anzugucken im Dunkeln. Ja, da hast du wahrscheinlich mit Kieselstein gespielt, dazu getan, als wären es deine besten Freunde, ne? Hat nicht mal die Verteidigungsministerin, oder so, von, äh, Amerika, Konzolizza Rice. Kommst jetzt da drauf? Tobi-Doc hat gesagt. Nee, Konzolizza, Mann. Oh nein! Wieso bist du Recruit? Oh, ich wollte grad auswählen. Was machst du denn? Weißt du, er meinte, er ist schlecht, wenn er gepumpt hat, aber ganz ehrlich, hast du dir das hier noch ausgepumpt, oder? Ja, mach die Geile. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hat der gesagt, er ist schlecht, weil er gepumpt hat? Ja, aber der Arm tut weh! Ja, aber der Arm tut weh! Wie gesagt. Oh Gott! Oh Gott! Oh, der ist so tief, ey! Meine Gehirnzellen sind weg, ne? Hallo! Klar, die Muppies ersetzte! Nein! Äh, die sind im selben Raum, im selben Raum! Morgen hast du Uwe gesichtet! Where is Heerbet, Alter? Lokalisiert! Heerbet! Äh, wie heißt der nochmal hier? Was hat der nochmal gesagt, der Major? Ja? Ja? Sag mal! Nee, Mann! Fly in Uwe, Mann, ey! Fly in Uwe, Mann, ey! Was ist Fly in Uwe? Der Bronze! Der Bronze ist großer Mentor! Geisel in Sicht! Geh mal, ich bin der beste Gruß der Welt! Wer sagt's heute der Name? Weil er fliegt durchgegen, ne? Schöne Grüße an Uwe, wenn er so, wie du siehst, ey! Er spielt auch Rainbow übrigens, ne? Echt? Echt, oder? Ja, ja, ja! Der bestimmt eine ganz kleine Maus! Bro, Alter! Pump-Bro und Rainbow-Bro, ey! Machst du eigentlich auch immer noch dieses komische Gesicht-Bronze in den Pumps? Nur das, ey! Nur am Klo! Wer ist Flying Uwe? Kann mich mal jemand aufklären? Das ist so ein Bodybuilder-Youtuber! Ja, ja! Team Wies, oder was? Oh, hier steht ein Schild! Oh, hier steht ein Schild! Und hier nur liegt... Okay, hier müsste direkt einer sein! Soll wir nach oben gehen, oder über Treppe? Tobi, hier, oder was? Ah, ich bin Treppe, oder? Das ist safe aus bis jetzt! Okay, Leute, passt mal auf! Hier in den Zwischenraum ist einer! Ja! Um Ansage raus, ja! Lagerraum, oder? Hey, wo hat der jetzt geschossen, Tobi, äh, Dennis? Was? Hat einer geschossen, aber von wo? Oder warst du das gerade? Wir haben's schon gesagt, von dem Zwischenraum! Von hier? Von dem Lagerding, wo wir gleich zusammen konnten, konnte jeder sein! Ja, wo wir gesagt haben, das nehmen wir jetzt Absteuraum! Richtig! Hat mir zugehört! Patrick, Mann! Kann ich mich hier ab sein? Ja, ne? Bist du hier, Patrick? Termite? Ja, doch! Hä? Ah, ne, ich bin... Das denn jetzt, Alter? Von unten! Von unten? Unten ist einer, ja! Aufpassen! Was heißt unten? Da, wo es nach unten geht, unter der Treppe quasi! Da ist einer in dem Raum, also in dem Aufgang! Ach, hier unten drunter, wo Patrick gerade ist, ne? Genau, genau, genau! Der müsste unter dir sein! Ja! Richtig! 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 Ah! Keine Chance, ey! Gerade! Geil! Pass auf, Patrick! Der sitzt links unten an der Treppe! Eben! Den müsstest du da nicht holen können! Unten! Ah, ok! Der hat sich jetzt die Position gewechselt! Holt ich mir jetzt! Richtiger Kerl! Zwei Minuten hast du noch! Einen haben wir im Hauptraum! Im Geiselraum! Zweiten haben wir auch! Wir können in den Geiselraum! Jetzt schnell! Komm, komm, komm! Nice! Ok, jetzt hoch! Ab in den Geiselraum! Bin drin! Major ist drin, ne? Dennis ist auch da! Ja, super! Da ist keiner drin, ne? 2-2! Die TNT Mutti hab mich umgebracht! Boah, Alter! Ok, ich spreng jetzt hier! Warte, warte, warte! Ich bin ja gar kein Türmer jetzt! Ach man! Ey, warte, Patrick! Rechts, 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 rechts! In dem Raum ist einer! Ja, ja! Der sitzt hinterm Regal! Rechts hinterm Regal! Major! Hier links hör ich aber auch einen! Nee, der ist... Also es kann sein, dass du eine Position gewechselt hast, aber du müsst eigentlich rechts hinterm Regal sein! Nimm die Geisel jetzt und raus! Wie rein man stürmen? Du hast... Unden, Patrick! Unten, rechts! Vorsicht! Ja, ja! Ich hab die Falle gesehen! Ah, nice! Ah, nice! Nice! Die TNT Mutti weggesprengt, Alter! Ist gekickt worden, der eine! Oder? Der hat zwei schon! Vielleicht hat die TNT Mutti an! Ja, das will sein! Wann so, hast du meinen Move gesehen? Ja, Hammer, Alter! Ich weiß gar nicht, hab ich's gesehen! Sollen wir Tresor rauchen? Ich hab's nicht gesehen, glaub ich! Ja, lass den Tresor nehmen! Es tut mir leid, wenn wir eine Hoots erreicht haben! Sniper ist einfach die beste Waffe im Spiel, ne? Achso, welchen Move meinst du denn? Weiß Raucher! Ja, ey! Egal, das muss man sehen, um es! Ich hab's zwei jetzt in der Nase drin gehabt! Ja, also ich muss einfach gucken, bei dir aufm Kanal! Wer ich nicht aufgenommen hab! Was nie kommt! Der Major ist einfach zu faul aufzunehmen, hat er mir letztens gesagt! Hey, aber warum Rainbow läuft? Äh, generell ja nicht! Also bei mir! Major, nimmst du nicht mit auf? Nee! Alles klar! Den Raum befestigen! Besten! Bedankt euch bei Major! Wir hören jetzt alle auf! Also, komm! Komm! Also, ihr werdet euch vor Gliedsgesicht auf! Schutzplatten einsetzen! Hä chord, ey! Mann, ey, ich hasste Husten! Ah, da gleich draufstürmen, Alter! Wie den UN Truck! Wär denn sollen wir? Was ist das heißt jetzt andere malauf? xD Jetzt hab ich das alles begriffen! Tobi, alter, der haut manchmal raus, ne? UN Truck, wie kommst du denn auf sowas, Mann! Hört aber auf die Tür! Wir hauen hier eine Wasseraufgabe, ey! Dennis? Sollen wir mal hinten wieder unseren Trick malen? Ne, ich mach was anderes. Du hast einen anderen Trick? Ja. Aber, aber, aber unser Trick. Der klappt immer noch, ey. Ne, ne, weg da. Geh mal weg da, geh mal weg da. Dann geh ich hoch. 3-0 steht's für uns. Geil. Ah, wir sind ja Profis halt, ne. Was erwartest du? Oh mein Gott. Profis sind wir. Oh mein Gott. Ich hab den im Nebel nicht gesehen. Samo der Harmo. Mach mal die Karben, Alter. Der Nebel. Karben, Nebel. Wo ist die Scheide? Ich hab auch immer ihre Nebelscheinwerfer. Ich hab den Rados-Witz heute noch gar nicht gemacht. Ach, Moment mal. Nein, du bist tot. Heiner Bremer. Ich bin tot, Dennis. Was? Heiner Bremer ist tot? Ja. Habt ihr doch auch grad verstanden, dass Patrick das gesagt hat, oder? Ja. See, see, see. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Alles Patrick? Nö, nö. Aber läuft. Heiner Bremer ist tot, ey. Oh, oh, da kommt was. Links kommt's markiert. Bestufbasse. Heiner noch gesehen. Was? Welche Sprache ist das, man? Wenn es war dann tot, wäre ich für irgendetwas sinnvoll? Die kommen alle von hier, Leute. Guck mal, wo ich alle markieren bin. Die kommen alle dort her. Kommt mal hier zu mir, bitte. Du bist zu jung zum sterben? Ich hab Angst, dass da von hier einer kommt. Ich kann von hinten nageln. Ich will auch nicht von hinten gelaset werden. Ich cover dich hier von der Seite, Patrick, ne? Mit dem Loch hier, oder? Ja, ja, ja. Danke, dass du das grad in meinem Ohr reingesagt hast. In meinem Ohr reingesagt hast. In meinem. Dass ich die Türke mich verbessern muss, ne? Habe ich ja nicht, aber... Wäre der nächste gewesen. Na, meine Füße, Alter. Scheiße, Leute. Was denn, Patrick? Komm, alle bei mir jetzt. Wo kommen die? Hier. Patrick zu der LP. Mach doch. Ach, geil. Das ist mal. Ich war ne. Lächster. Lächster. Nach der Folge. Verschreit der. Was? Nein! Ursala. Frau Patrick ist tot. Oh mein Gott, der hat doch gerade geschossen, Alter. Oh nein, jetzt geht's den Bach runter. Echt geschossen, ne? Hast du gesehen? Major. Hast du nicht gesehen? Tobi klingelt, wie wenn der Eiermann kommt. Habt ihr nen Eiermann bei euch, Tobi? Äh, ja, doch. Da hat doch mal Kartoffeln dabei und wär was nice. Ich hab mal Kartoffeln dabei. Cool. Leute, ich markiere. Tobi, markiere. TNT mutiert. Tobi, markiere. Tobi, markiere. Tobi, markiere. Tobi, markiere. Tobi, markiere. Tobi, solltest du alle töten, kriegst du 1000 Euro mir. Tobi, ich markiere. Tobi, Kamera ist jetzt kaputt. Hast du mir schon mal gesagt und das hast du nicht eingehalten. Tobi, der nächste kommt aus der Richtung. Der andere kommt von der anderen Seite. Der kommt jetzt rein. Der dritte ist auch hier in der Lobby. Der erste kommt rein. Oder auch nicht. Links, genau. Der kommt, wir sehen, da. Der kommt rein. Rechts auch, kannst du pre-feiern? Rechts. Pre-feier, Tobi. Nein. Der nächste kommt rein. Denk an die 1000. Der nächste kommt rein. Geh in der Kommune. Leg dich hin, leg dich hin. Der nächste. Warte, lad nach. Bleib locker, lad nach. Du hast noch Zeit. Du hast Zeit. Leg dich hin und lad nach. Diejenigen nachladen. Er kommt rein. Er kommt. Er kommt. Free Fire Hals. Ja! Alter! 1000 Euro Tobi, Alter! Geil, Alter! Ihr habt das alle gehört, ey. Boah, geil. Danke für die Unterstützung, ey. Alter! 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 Die Folge heißt Tobi of Doom, Alter. Seinen spitzener Mann hat er verdient, ey. Auf jeden Fall, ey. Ich hab wieder neu mit DF Moments. DF Moments, oder? Und kam dann die letzte Tobi. Ja, das war die andere mit Rainbow Six. Wo du Quattro gemacht hast. Ja, Quattro, Alter. Audi Quattro, oder was? Was wird denn jetzt aus der Wette? Warte mal, Quattro ist Quattro 5? Ja, ich hab gehört, ich bin Tausler, ne? Moment! Eine Sekunde, machen wir sofort. Aber Quattro ist doch 3, oder nicht? Der 4er, Alter. Quattro ist 3, 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 Alter. Aber was ist denn 5, ey, Dennis? 5? 5? 1! Ey, ja, Penta, Alter. Ey, du Quart, Alter. Hätt mich Penta-Kill, Mann? Hä? Penta-Gramm? Hä? Ja, Tobi, 1000 Euro Kisse, nachdem wir Döner essen, Mann, okay? Ach, er war jetzt da am Arten, weil... 1-0 Mafuyu LP Kanal. Ich vertrau dir jetzt nicht mehr, jetzt, ne? Ich hab's auf Video, à la... In der letzten Folge hab ich dein Vertrauen echt gewonnen. Alla, dann bist du... Find's nicht gut, dass du Major seinen, äh... Äh, geil, ist das... Dein Major seinen Heiligen mit einbeziehst? Was? Boah. Ey, ich hab's auf Video, äh... Wabw. Was willst du echt von mir überhaupt schon, Alter? Ey, du bist doch selber einer, Alter! Klar, locker. So, wir sind halt oben, okay. Klar, locker. Ich hab's halt oben, ich hab keinen Abschluss. Das ist echt so. Der Major ist voll, der... Der Major sitzt im Bus immer vorne, Alter. Oh, ich hab ne geile Pose für die Kamera. Warum? Geil, Alter. Warum? Warte mal, ich hab das grad nicht mitbekommen. Weil die coolen immer hinten sitzen. Ja. Guck mal, ey, such dir hier ein Pokémon auf der Karte, der Ben. Oh, Pokémon Go, Alter. Der, der stand da gerade mit seinem Handy in so ner Ecke. Und hat so auf... Ich hab einen gefunden, hier ist ein Poké-Center. Ja, das Schlimme ist, ich hab letztens... Ich hab... Ich hab letztens aufm... Aufm Parkplatz von einem Supermarkt durch meinen Einkaufen gehe einen... Gumi, warum gehst du unten lang? Ein... Warum nicht? Achso. Oh, ja. Einen... Einen chinesischen Mitbürger gesehen, der auch... Ein chinesischen Mitbürger. Ja. Was denn Sascha? Aber... Der hat... Oh nein. Der hat nur auf den Verkehr geachtet. Null einfach. Der wär beinah sogar überfahren worden. Im Auto, weil er auf sein Handy die ganze Zeit geklotz hat, weil er Pokémon Go gespielt hat. Gut, wobei, man kann jetzt sagen, das liegt an Pokémon Go, aber man kann auch sagen, Leute gucken allgemein immer auf ihre Scheiß-Handys und achten auf nix, weißt du? Naja, natürlich. Naja, natürlich, klar. Naja, aber das ist trotzdem... Ja, Dennis, wir müssen, wenn schon, gemeinsam dann. Alter! What the hell, Alter? Was war das im Bild? Ich wollte gemeinsam. Ich würd' beschossen, Alter. Hinter dem Regal, hinter der Geisel irgendwo. Wieso da draußen hängen? Wieso Harze, ey? Hey, hier ist ne Kamera irgendwo. Ach, die ist hier. Moment, warte mal. Kamera ist kaputt. Dennis, gleichzeitig, komm. Warte, warte. Alter, hä? Komm, komm, komm. Bin tot. Ich glaub, irgendwo für... Ach, Stacheldraht hab ich zerstört. Ah, ah, ah. Major, äh, guck mal, ich erkläre... Ich weiß, wo er liegt. Ich weiß, wo er liegt. Ja, aber links, von ganz links ist auch einer, Major. Ganz, ganz links. Ich hab nur 8 HP, ne? Ja, der ist ganz links. Pass auf, Warte, wenn du an die Tür da gehst, ist irgendwo einer. Warte, hier, den hab ich. Also rechts von dir jetzt, ja? Es könnte dich jetzt auch einer von hinten... Der ist tot, Major, den hab ich weggerotzt. Geradeaus und dann links um die Ecke war einer noch. Ne, ganz rechts in dem Winkel, in dem Winkel. Ganz rechts jetzt, genau. Gerade links jetzt, vorsichtig. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Okay, wenn der da ist, dann ist der letztlich hier hinter. Guck mal, hier. Hier hinter. Ja, ja, der ist da auch. In beidem Raum, wenn die Ansagen stimmen. Also da war grad einer, der hat mir ein Nitro-Handy left. Hä? Hast du das gesehen? Nein, ist einer. What? Jürgen, ich hab Plus für den Sitz gekriegt, alter. Das war der. Hast du grad gesehen, wie ich den geholt hab? Ja, ja, jürgen. Hab ich auch einfach so gemacht. Bronz, guck. Warte mal. Nice, Major. Noch einer, Patrick. Okay, das hab ich jetzt auf Band. Ich hab schon auf Band. Nein! Alter, Bronz, ich hab einfach durch die Wand so einen Schuss abgegeben, so random-mäßig, damit der Angst kriegt. Aber Moment, Major. Und dann kriegt er einen Held. Ja, ich hab Hexer an. Wer hat das denn schon mal gemacht, Major? Was hast du? Wer hat das denn schon mal gemacht? Alter, 4-0. 4-0, Alter. Aber das war krasser, Dennis. Und wer als MVP? Ich. Das war krasser, Dennis, glaub mir. Ja. Ey, ganz ehrlich? Also, Pausermodell ist, ne? Ja, das stimmt. Mach's gut. Mach's gut, Freunde.